Ich glaube, das wird nicht so schlimm. Seine Angst von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist? 10. Guess who did it? Du bist gepierst. Ich bin mit gut, es tat jetzt gar nicht so weh. Ich hoffe, die nächsten Tage werden nicht schmerzhaft, aber das sieht doch fancy aus, oder? Ich finde es sehr cute. Du schaust ein bisschen aus wie so ein Mario. Da kommt jetzt ein ordentlicher Klugger rein, das sag ich dir. Lecker, lecker, lecker. Das ist mal vegan gepäckig. Sehr lecker. Natürlich super, dass du mutig bist. Ich probiere gerne Neues aus. Das war jetzt echt eine Erfahrung.